Ja, verdammt, die Lunchbox. Na toll. Wieso? Wollen wir das mal hier raus? Nö. Der kann ruhig mal reinkommen mit seinem Schlauch. Äh, vergiss es. Du hast einen Räder, Schredder. Das ist... Ups, hier sind eine Kugel an mir vorbeigerollt. Das war fett, aber so fett war es nicht. Hast du mich etwa kugelförmig genannt? Ja. Okay. Mit der Wahrheit kann ich umgehen. Ist hier irgendwie eine Möglichkeit, fett, vernünftig runterzukommen, oder? Ja, nein, so nicht. Ja, die gibt es, äh, wenn ich die Zeit hab. So, geht auch. Oh, das dort ist auch sehr schön. Da unten ist gleich zwei Praetorianer, äh, Praetorians, äh, und so. Wenn irgendwie jemand helfen hat, wäre ich echt glücklich. Hm. Arbeite noch an meiner. Oh, danke. 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 Ich erschieße oben auf welche. Oh, ich weiß nicht, little fuckers. Ja, das kann ich. Jetzt haben wir jetzt gerade die Waffe nicht. Ja. Komm, nein, wenn der uns hilft. So. Oh, wir gehen wieder auf die Flöten, oder? Ja, ja, ja. Aber der Doppelprospektor ist jetzt erst mal... Oh Gott, das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das ist der beste Weg, um zu leben zu machen. Au, 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 au. Oh, ich bin da. Ich habe den Triton. Du gucku. Ich bin so... Ich schnorchle, ich bin später. Ich schnorchle, kann ich, wenn ich tot bin, aber ich war doch tot. Mhm. Boah. Was hat mich denn da jetzt getroffen? Ich bin... ... Koppel, koppeln, auf den qualmarkten Bereich. Schönen Tag, auf den Weg den Teigern und weg. Willkommen. Den Tag, so ziemlich stark, so resumes. Ja, ich weiß. Aha, das ist doch... ... also gut gemacht, Spiel. Sehr gut. Gott, dammit, da ist ein ... Falsch! Mhm. Falsch, super Spiel! Superspiel. Das ist ein großer Meteor. Den ignorieren wir. Der ist kacke. Okay. Bo-Crusher. Wesley. Yep. Wesley Crusher. Uh. Mehr Dinge, die wir hier tun können. Was? Überhaupt ist jetzt aufhabe ich hier wieder Party. Ich bin jetzt aufhabe ich hier wieder Party. Wird er angetachment. Get touched. Wer sich eingepskredit? Angetouched. Ja ne ist klar da oben. Apropos, hallo Mr. Flo. Oh, Pobo, wenn man sie trifft, sterben sie. Die Krübelle ist sehr praktisch gegen Flo. Ja, wie gesagt, wenn man sie trifft, dann sterben sie auch tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, Otter, du wirst verfolgt, aber das ist die. Ihr darf mir folgen. Hallo. Ich hab ein Häschen gefunden. Komm Paula. Hallo Paula. Das Schöne an diesem Terror ist, dass es nicht zu hart ist. Im Sinne der Folge mal kann, dass sie sich einfach durchgraben. Bauen? Ich liege an der Base. Na jo nicht, ich komm sofort. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Ach, der dritte Pomp-Pchecker ist da. ja Ah ja, Swarm und Sturm, ist klar. Ah, ich bin down. Ich hab da zwei Mittlere bei mir. Hallo, kleines Ponstersackgobes. Zwei Mittlere und zwei Kleine. Und Munition. Jetzt sind es nur noch zwei Mittlere. Und ein großer. Danke. Huuu. Das war's. Oh, genau. Oh, das war's. Hopp. Okay. Huuu. Ich bin einer von ihnen! Du hast einen Schrauben! Ich bin einer von ihnen! Du hast einen Schrauben! Nein, 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 nein! Da... okay die eine ist gleich verbunden ich muss nur noch den dropper zu das war die einfache die restlichen viel spaß mit feuerung das war der einfache okay du versuchst den zu verbinden dann versuche ich das mal mit der anderen ist heute nichts von der hand gefallen ich sehe das als positiv lecker es war lecker in london was zu erwarten war in der hauptstadt des fischen chips ich weiß man ist nicht nur fischen chips man ist auch andere der hauptstadt ist curry ich hatte gestern hier curry ist auch sehr lecker ich dachte du willst du der anderen verdammt wieder oben hin ganz nach oben nicht da hinten wo du gerade nahe dran bist das ist gut dann kann ich dir ja noch nehmen das weiß ich nämlich auch nicht da ist ja eine möglichkeit gut die eine ist jetzt nicht mehr mit mit b genau in dem fall wahrscheinlich wieder mit die vorhanden 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 genau das ich hatte trüffel bürger mit trüffel parmesan pommes